Neues Thema und schon wieder neues Glück. Zu Beginn eine kleine Wiederholung, eine Gegenüberstellung. Lineare Funktion versus quadratische Funktion. Lineare Funktion schaut immer wie folgt aus. Man hat einen Achsenabschnitt und eine Steigung, also y gleich mx plus t. In dem Fall 0,5x plus 2. Der dazu passende Graph ist immer eine Gerade. Die schaut immer bloß ein bisschen unterschiedlich aus, aber eine Gerade ist es immer, wenn man einen Graph der linearen Funktion zeigt. Und dazu gibt es immer auch eine lineare Gleichung. Zum Beispiel, wenn die Aufgabe heißt, wann ist der y-Wert gleich 5? Also, dann setze ich für den y-Wert eben 5 ein. Jetzt ist die Frage, wann ist das der Fall für welches x? Und das mache ich meistens dann eben mit einer Äquivalenzumformung. Man kann natürlich auch raten. Aber normalerweise bringe ich den 2 rüber und teile dann geteilt durch 0,5 und erhalte einen x-Wert. Das wäre eine Aufgabenstellung, wo ich eine lineare Gleichung lösen muss. Also immer eine Gleichung mit einem x drin. Das y fällt hier raus. Das y haben wir quasi nur zum Zeichnen. Möglich ist es auch, dass ich zum Beispiel diesen x-Wert kenne und das y hier freilasse. Dann ist es auch eine lineare Gleichung. Also das heißt, eine Gleichung mit einer Unbekannten. Und das im Normalen, im Eindimensionalen. Bei einer quadratischen Funktion schaut das etwas anders aus. Da haben wir natürlich eine andere Form. ax² plus bx plus c. Öffnungsfaktor können wir hier noch an der Stelle verwenden. Den Graphen, wenn ich zeichne, ich erhalte immer eine Parabel. Die ist schmäler, die ist flacher und so weiter. Haben wir mittlerweile gelernt. Eine quadratische Gleichung dazu schaut dann natürlich wie folgt aus. Also ich möchte zum Beispiel wissen, wann ist der y-Wert gleich 5? Das gleiche wie hier drüben. Nur das Problem ist, jetzt können wir hier nicht nach x auflösen. Wir können hier keine Gleichung anwenden, um das Ganze zum Ergebnis zu führen. Also Äquivalenzumformungen sind hier ausgeschlossen. Tja, aber wie löse ich dann so eine quadratische Gleichung? Ja, quadratische Funktionen waren das Thema der letzten Stunden. Die nächsten Stunden werden wir uns eben mit diesen quadratischen Gleichungen befassen. Das heißt, es geht auch eigentlich wieder um diese Funktion, die wir haben. Nur, dass wir eben einen Wert ersetzen oder bestimmte andere Aufgaben damit lösen müssen. Quadratische Gleichungen. Das ist unser Hauptthema, also die nächsten Wochen. Als erstes werden wir feststellen wollen, wie wir das Ganze lösen. Ihr seht hier schon, die Formelsammlung Seite 19 wird hier später wichtig sein. Es gibt für mich drei Fälle, wie man so eine oder was möglich ist, wie man eine quadratische Gleichung lösen muss. Es gibt natürlich noch weitaus mehr Fälle, aber ich standardisiere das jetzt mal auf diese drei. Zum Beispiel steht dran x² gleich 4. Jetzt, hier müssen wir natürlich nichts mit Äquivalenzumformung lösen, sondern wir überlegen uns einfach nur, welche Zahl kann ich einsetzen für x, damit 4 rauskommt. Die erste Lösung ist relativ schnell klar, wenn ich die 2 einsetze und die quadriere, ergibt es natürlich 4. Aber, das haben wir auch schon gelernt, eine quadratische Gleichung hat immer oder meistens zwei Lösungen. So, ich kann nämlich hier auch minus 2 einsetzen, um 4 zu erhalten. Also habe ich zwei Lösungen. Das ist eine ganz einfache Sache, da steht das Ganze schon dran. Dann gibt es aber so eine Möglichkeit auch noch, x² minus 14 gleich 2. Hier kann ich jetzt nicht einfach das Ganze bestimmen, aber ich kann erstmal eine Äquivalenzumformung machen. Ich kann ja die 14 rüberbringen und schon habe ich es quasi in der Form wie hier oben und kann jetzt wieder meine zwei Lösungen bestimmen. x1 gleich 4 und x2 gleich minus 4. Das sind meine ersten zwei Möglichkeiten und die Hauptlösungsmöglichkeit, die kommt jetzt und die wird euch jetzt bis zur Abschlussprüfung verfolgen. Ich habe hier eine quadratische Funktion mit einem a, mit einem b und einem c. Wird gleich 0 gesetzt. Also man will zum Beispiel wissen, wie dieser Flächeninhalt hier vorne, wann der 0 ergibt oder wann der y-Wert 0 ist. Problem ist, das können wir jetzt nicht lösen wie hier oben. Wir können nicht irgendwelche Äquivalenzumformungen machen. Aber dafür gibt es die Formelsammlung auf Seite 19. Minus b plus minus Wurzel aus b² minus 4ac Bruchstrich durch 2a. Das ist die sogenannte Lösungsformel. Man nennt sie manchmal auch Mitternachtsformel. Diese Formel ist nur dann anwendbar, wenn eine Gleichung in diesem Stil dran steht. Also ax² plus bx plus c gleich 0. Das genau haben wir hier drüben. Wir haben für das a 2 stehen, für das b 4 stehen und für das c minus 3 stehen. Und rechts steht 0. Das ist ganz wichtig. Da machen viele den Fehler. Es muss hier drüben die 0 stehen. Steht jetzt eine 4, müsste ich diese 4 erst noch rüberbringen, auf die andere Seite und mit dieser minus 3 verwurschteln. Aber es muss rechts immer die 0 stehen. Nur dann ist diese Formel anwendbar. Und dank dieser Formel können wir das jetzt ja wunderbar einsetzen. Wir haben ein b, das setzen wir hier ein und hier ein. Wir haben ein a, das setzen wir da ein und da unten ein. Und wir haben noch ein c, das setzen wir da hinten ein. Aufpassen müssen wir halt auf Klammern. Ich zeige es euch jetzt schon mal fertig. Das Minus vor dem b bleibt immer stehen. Das heißt, Minus hier hinsetzen und dann das b einsetzen. In dem Fall ist unser b plus 4. Also brauche ich keine Klammern setzen. Dann kommt ein Plus oder Minus. Werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Wurzel auf. b². b ist 4. Minus. Das bleibt auch standardmäßig immer stehen. Dann kommt standardmäßig immer die 4. Und dann das a. Das ist 2. Und dann das c. In dem Fall ist das c negativ. Das heißt, ich muss hier Klammern setzen. Das gilt natürlich auch, wenn a oder b negativ ist. Das war bloß in dem Fall nicht der Fall. 2 mal a. Unten ist 2 mal 2. So, dieses Plus, Minus. Das ist genau die Geschichte, die wir hier oben haben mit zwei verschiedenen Lösungen. Das heißt, wir haben hier auch zwei verschiedene Lösungen. Einmal tippen wir das Ganze in den Taschenrechner ein mit einem Plus zwischen Minus 4 und der Wurzel. Und einmal tippen wir das Ganze ein mit Minus 4 und Minus zwischen der Wurzel. Das erste Ergebnis wird gerundet 0,58 geben. Ja, wir haben hier irrationale Zahlen, die rauskommen. Das ist ganz selbstverständlich. Da wir hier eine Wurzel haben, muss aber nicht sein. Haben wir auch schon gelernt. Kann hier unten ja auch ein ganz normaler Wert rauskommen. Und wenn wir das Ganze jetzt mit einem Minus eingeben, also das Plus hier vernachlässigen, dann erhalten wir unseren zweiten Wert. Ja, das ist die Lösungsformel. Also wenn ich eine quadratische Gleichung genau in dieser Form habe, also ax² plus bx plus c gleich 0, dann kann ich diese Formel einsetzen. Ich kann das natürlich auch einsetzen, wenn c gleich 0 ist, also wenn bloß ax² plus bx dran steht. Aber was wichtig ist, es muss hier hinten die 0 stehen. Ihr müsst nur dieses Tafelbild abmalen. Die erste Seite war quasi zur Einführung.